Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sky Factory 4 Notification Gang Check Will It Ja, wir sind wieder auf unserer Insel und wie ihr sehen könnt, es hat sich ein bisschen was verändert Ich begrüße euch alle, aber trotzdem recht herzlich zurück Lasst ein Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, ihr wisst wie es läuft Und heute will ich euch zeigen, was wir so gemacht haben und wir wollen natürlich weitermachen in einer sehr wichtigen Mission Aber zuallererst, ich habe hier ein bisschen was umgebaut Nochmal umgebaut und nochmal umgebaut und nochmal umgebaut Aber mittlerweile sind wir glaube ich an einem ganz coolen Standpunkt angekommen, wie wir das Ganze machen können Ihr seht, hier ist unser System, da ist auch sehr viel Zeug drin Und ich erkläre euch ganz kurz das hier hinten, denn hier haben wir ein paar Chest Slabs Und auf diesen sind unsere ganzen Bonsais drauf Das coole ist, dass die Chest Slabs eben das Ganze bündig abschließen, also keine Lücken sind Und man kann sie nebeneinander stellen, nicht so wie normale Kisten in Minecraft Da müssen wir TripChests benutzen, aber das will ich nicht Genau, und hier oben drauf haben wir unsere ganzen Bonsais, es sind ja immer noch nicht alles, fehlen definitiv noch welche Also gerade die Low Bonsais, sowas wie Gravel und Petrified oder so, das fehlt glaube ich noch alles Das sind jetzt alles die krassen Rohstoffe, wie Lapis, Diamant, Nickel, Quarz, Osmium, Redstone und so weiter Das haben wir alles hier Und diese Dinger sind alle mit Storage Import Cable angeschlossen Das heißt, die werden einfach in unser System importiert Und an unserem System, dafür gehen wir runter, haben wir weiterhin die Storage Cabinets angeschlossen Die sind jetzt allerdings hier unten, damit wir die so ein bisschen besser im Blick haben und ein bisschen geordneter eben sind Das heißt, da unten werden unsere ganzen Items gelagert Mit dazu haben wir natürlich noch diese Kiste hier Die ist nach wie vor auch noch da Wir könnten mal zum Beispiel das Holz hier rausnehmen, das können wir auch wieder reinwerfen Dann landet das nämlich auch ins Storage Cabinets Aber die ganzen anderen Sachen, wie eben zum Beispiel, ja Blätter und Setzlinge Die kommen jetzt gerade noch in die Kiste Müssen wir gucken, ob wir das so lassen oder ob wir das irgendwann ändern Für jetzt ist es glaube ich noch okay Und ich habe mal so einen kleinen Workshop gebaut, wenn man das so nennen kann Also einfach unsere Maschinen hier so ein bisschen schöner mit aufgebaut Damit das ein bisschen ordentlicher aussieht hier mal, ne? So kann es ja nicht weitergehen Aber für heute wollen wir weitermachen mit dem Advanced Energy Cube Und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache Denn wie gesagt, wir wollen die Parabox haben Parapara, Parapara Und damit geht es dann bald weiter War das die Parabox? Genau, hier Ähm, ja, und dafür brauchen wir außenrum Dafür brauchen wir auch die ersten Maschinen, tatsächlich Also die ersten Maschinen, die Energie benutzen Und das ist nämlich cool, da freue ich mich nämlich drauf Der Metallurgic Infuser Das ist so die Maschine, die wir jetzt erstmal brauchen Ähm, Metallurgic Nein, Metallurgic Ja, da sind wir sehr gut Ähm, dafür brauchen wir noch zwei Öfen Und wir brauchen noch Osmium Osmium haben wir sogar ready Das müsste hier in der Kiste mit drin sein Oh yes, 27 Oh, Alter, zweieinhalb Stacks Eisen Let's go Geilo Ja, das hier mit dem Acorn Overflow Seid dann noch ein bisschen doof Aber nicht so schlimm So, da haben wir ihn Metallurgic Infuser Nice, nice Und das Ding braucht Energie Das heißt, wir stellen ihn wahrscheinlich erstmal vor Ist hier daneben Ähm, kann ja nicht unbedingt schaden Also wir stellen ihn einfach mal hier hin Dann kriegt er Ja, da ist er Energie, Energie, Energie Geile Meile Und damit wollen wir uns jetzt wie gesagt Anfangen den Advanced Energy Cube zu bauen Es gibt auch mit dazu eine kleine Sache Die ich ganz nebenbei mal ganz kurz anschneide Es kann nämlich sein Dass sich bald etwas in diesem Projekt hier verändert Das wird nichts super krasses sein Hoffe ich Aber es wird vielleicht bald wie gesagt Eine kleine Veränderung geben Ähm, aber lasst euch ja überraschen Ich will euch nicht zu sehr spoilern Wir warten einfach noch ein bisschen Bis ich euch das richtig erklären und zeigen kann So, äh, wir bauen Eisen mit dazu Das haben wir auch mit am Start Das ist super Die ganzen Acorns und so Das lassen wir auch bald alles autograften Also das bleibt nicht alles im System Das wäre ein bisschen, äh, unsinnig glaube ich Ähm, und wir brauchen noch Coal Okay, Coal können wir jetzt natürlich auch bauen Das ist grandios Hier, zack Oh yeah, 43, super Okay, ähm Und dann brauchen wir den Advanced Energy Cube weiterhin Das haben wir hier Und dann brauchen wir erstmal Ja, einiges an Ähnliche Leute tatsächlich, ne Das heißt, wir werfen einfach mal Äh, ein bisschen Redstone hier rein Wir machen mal irgendwie acht Stück Habe ich das reingeworfen? Ne, was ist passiert? Ich weiß nicht, ob irgendwas passiert ist Und damit ist ja auch egal Ähm, und dann werfen wir Eisen hier mit dazu Zu dem, was wir haben Wir haben elf Stück Aber wir machen einfach das Und dann arbeitet er Die erste Maschine Yay Das ist wirklich ziemlich, ziemlich crazy Oh mein Gott Okay, wir werden ganz gut schlafen Aber es ist echt insane Das ist richtig, richtig cool Endlich die, die ersten Maschinen so zu haben In dem Modpack und sowas Und wirklich was mit Energie zu machen Ha, das ist ein sehr cooler Schritt Und ich habe auch ganz vergessen Wie cool, mehr Kenntnisse mit Swags aussehen Viele fragen mich immer nach dem Texture Pack Das hier ist Swags Pure Biddy Craft Habe ich, glaube ich, auch in der Videobeschreibung verlinkt? Ah nee, noch nicht Das gibt es nämlich offiziell Ich habe es erst selber gemacht Und dann kam es irgendwann offiziell Deswegen kann ich euch das jetzt verlinken Sehr cool Ist in der Videobeschreibung Wer eben auch damit spielen möchte Ähm, so Dann brauchen wir das Zeug gleich noch Ich weiß nicht, ob wir noch genug Gold haben Ansonsten müssen wir das vielleicht auch gleich nochmal schmelzen Äh, wir haben vier Das ist leider nicht genug Aber wir können uns ja ganz schnell Hier ein bisschen Denn, oi, 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 ein bisschen ist gut Eita, das war echt sehr, sehr viel Wie viel haben wir davon? Wir haben nochmal ein Stack hier drin Eita, das müssen wir mal alles irgendwie schmelzen Wird auf jeden Fall Zeit Ähm, ja Und dann haben wir die hier Und danach geht es wie gesagt Mit Ossimil und sowas auch noch weiter Damit wir die anderen bekommen Und wir können uns auch Steel herstellen Oh baby Und zwar ganz einfach auch über den Metallurgic Infuser Steel Blend Und dann haben wir hier Kohle und Eisen Daraus kriegen wir Steel Blend Das können wir wieder, ähm, in den Ofen werfen Und ab geht's Es ist echt geil Weil, weil wir halt so ein bisschen Kitchen, Kitchen Sink Modpack spielen Sagt man ja immer Ja, ist eine ganz gute Abwechslung Wenn man Hardcore Modpacks oder so gewöhnt ist Macht auch mal ganz viel Spaß Okay, dann bereiten wir ganz kurz die Sachen vor Und dann können wir das gleich craften So, in der Theorie Sollten wir schon relativ weit sein Glaube ich zumindest Wir brauchen noch ein bisschen mehr Gold Das ist aber gerade noch in der Mache tatsächlich Und dann können wir uns auch gleich schon Den Steel Frame machen Der ist auch gerade schon Fleißig am Schmelzen hier oben Packen wir das hier noch da mit dazu Gold kriegen wir auch gerade neues raus Oh, ausgezeichnet Da bin ich sehr glücklich drüber Ähm, dann können wir uns nämlich noch mehr Von diesen Dingern hier machen Gleich einfach nochmal mehr Und dann haben wir wirklich Unser erstes crazy Ding fertig Geil Und danach Warte, den nehmen wir auch nochmal Zack Damit wir den nicht vergessen Ähm, dann haben wir das Tablet mit dazu Jetzt haben wir hier den Oh, und jetzt sind wir fertig Pass auf Zack Steel Casing Oh yeah Basic Energy Cube There we go Und Advanced Energy Cube Mr. Fusion Hallöchen Geilo Okay, 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 okay Das ist wirklich ziemlich, ziemlich cool Ähm, das Ding wir einfach aber glaube ich erstmal rein Denn jetzt brauchen wir das nächste Und zwar den Flux Capacitor Äh, wenn das Ding wirklich so heißt Nein, heißt es nicht Was brauchen wir dafür? Ähm, ich weiß leider nicht Wie das Teil dafür heißt Aber das wird glaube ich mit das Schwierigste Das wir brauchen Space Time Equalizer Mein Gott Space Time Equalizer Das hört sich schon an Ey, Einstein wäre stolz So, das Crafting Rezept dafür Haben wir glaube ich hier hinten Also dieses Ding hier Ähm, dafür haben wir praktisch gar nichts Ein bisschen schade Wir brauchen einen Heisenberg Kompensator Das hört sich crazy an Dafür brauchen wir Machine Casing Wir brauchen noch einen Isolinear Circuit MK1, MK2 Wir brauchen einen Dilithium Crystal Eye of Ender Yikes Das Ding ist auf jeden Fall gar nicht so easy Und wir brauchen einen Tritanium Ingot Hallöchen Wie bekomme ich den Tritanium? Das natürlich ist eine gute Sache Mit Firmated Ormeet Ne, das ist eine erste Dreifachung Wenn dann über Tritanium Ore Oh, es könnte dann natürlich sein Dass wir dafür Früher oder später In eine andere Welt müssen Denn Ähm Wir haben ja glaube ich Tatsächlich auch die Möglichkeit Hier Haben wir hier Tritanium Ore irgendwo drin? Wir haben Thor's Hammer Okay Aber das ist nicht das Ganze Das ist Thorium Hier haben wir es Tritanium Ore Travel to Lost Cities Das ist cool Aber was wir davor Eigentlich machen können Oder was wir probieren könnten Wäre einen Digital Miner zu bauen Hallöchen Ähm Das wird dieses Ding Ja Das ist natürlich sehr 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 viel Aufwendiger als das Was wir jetzt gerade haben Aber in der Theorie Nicht unmachbar Ähm Ich glaube nämlich wirklich Warte Das kriegen wir hin Das würden wir auch hinbekommen Das wäre jetzt nicht so crazy Das hier auch Basic Circuits sowieso Logistik Dafür brauchen wir Pistons Basic Controls Würden wir vielleicht alles hinbekommen Und dann könnten wir damit In die Lost Cities Die Frage ist natürlich nur Wie kommen wir in die Lost Cities Das ist ein End Cake Das hier ist der Hunting Dimension Cake Das hier ist der Lost Cities Cake Travel to the Lost Cities Dimension Okay Lost Cities Jetzt bin ich gespannt Wie wir den bauen Okay Dafür brauchen wir definitiv Ein bisschen was Wir brauchen Block of Diamond Iron Bars Terracotta Bricks Und ein Brewing Stand Sollen wir da mal hingehen Oder sollen wir Ich würde sagen Wir gehen in der nächsten Folge In die Lost Cities Dimension Weil das ist cool Da war ich selber noch nie Ich weiß zwar Wie es da ungefähr so abgeht Aber Es ist glaube ich Wirklich ziemlich Ziemlich crazy Was da abgeht Also das ist Nochmal ein bisschen was anderes Dann fangen wir jetzt Erstmal wieder an Uns ein bisschen was Von dem ganzen Zeug zu machen Damit wir den Digital Miner Wie gesagt Ein bisschen hinbekommen Mit dazu Könnten wir uns natürlich Gleich Speed and Power Upgrades machen Das wird ziemlich Ziemlich geil Also wenn wir in Add Mechanism Speed and Power bekommen Oh Und Atomic Disassembler Das beste Werkzeug Das es gibt auf der ganzen Welt Oh den hätte ich gerne Aber dafür brauche ich mir noch Ein Ausnehmung Die Kompressor Oder Ausnehmung Kompressor Ha Sollen wir den bauen Boah Atomic Disassembler Nein Doch Ich glaube wir bauen Das erste Atomic Disassembler Und dann Den Digital Miner Weil Atomic Disassembler Huiuiuiui Das Ding ist wirklich Der absolutes Lieblings Tool Es ist crazy Wie gut dieses Ding ist Es ist unverschämt schon fast Unverschämt ist auch Dass wir fast keine Lava mehr drin haben Das ist nicht so gut Aber guck mal Unsere Energiesachen Funktionieren Einmal frei Da brauchen wir uns Gar keine Sorgen drum machen Okay Dann Ja brauchen wir Lava Das ist das nächste Problem Wir nehmen mal ganz kurz Die Torch Und ein bisschen Cobbistone Wir sollten das ja auch Dringend mal wieder anschließen Das ist nämlich gerade nicht An unserem Storage System Angeschlossen Und du mein Lieber Du bist auch nirgendwo Angeschlossen Weil du nichts hast Ja Das müssen wir vielleicht Echt mal ändern Geh mal ganz kurz zur Seite Sonst wirst du gleich verbrannt Und das will ich nicht Wir wollen ja Auf unsere Tiere achten So Zack Machen wir dich hier rein Und nehmen uns Einen Bucket mit Weil das krasse ist Der Atomic Disassembler Wer den nicht kennt Er ist praktisch Wie eine Pexel Also wie das Tool Das wir gerade schon haben Nur in Krasser Also in Wirklich viel krasser Also ziemlich Ziemlich cool eigentlich Und sollten wir definitiv Benutzen Soweit wir das Benutzen können So wir bauen mehr Redstone Aber da sollten wir Glaube ich keine Probleme haben There we go Und dann gehen wir In dem Atomic Disassembler Oh das ist Das freut mich gerade so Ich hab da selber gar nicht dran gedacht Aber das Ding ist halt wirklich Sehr geil Also sehr sehr geil So Dann brauchen wir einen Osmium Compressor Dafür brauchen wir jetzt noch Gleich die Boards Ich weiß nicht wo ich hier gerade hinklicke Aber wir kommen gleich wieder dran So Da sind wir Genau Wir bauen noch ein Steel Casing Also nochmal ein bisschen mehr Osmium Dann brauchen wir Diamond Dust Und wir brauchen Refund Obsidian Dust Okay Das kriegen wir auch beides hin Theoretisch Ähm Ich weiß noch nicht Ob wir Diamond Dust Nehmen Ich weiß auch nicht Ob ich Diamond Dust Oder Ground Diamonds Ne können wir nicht Dann machen wir uns einen Crusher Da bauen wir gleich noch eine Maschine Alter wir bauen heute so viele Maschinen Das wird ja ridikulos Okay Ähm Ja Dann machen wir uns ganz kurz ein bisschen Äh Zeug wieder Also Wie nennt sich das? Stahl Richtig Gut aufgepasst Ähm Machen wir uns aber acht Stück Und dann haben wir nämlich auch gleich Nein stopp Oh da ist noch Redstone drin Egal Ähm Dann machen wir Das hier Und das hier Und Dafür wollten wir acht Stück haben Ne So Dann ist das nämlich gleich Als nächstes dran Sobald das Redstone leer ist Geilo So Und da haben wir unsere weitere Maschine Die nächste Und zwar den Crusher Geilo Milo Und das Ding Dafür nehmen wir jetzt nochmal ein Leadstone Flux Sakt Oder ein Letstone Flux Sakt Man weiß es nicht Doch man weiß es schon Das ist nämlich eine englische Aussprache So Äh Und daran können wir jetzt einfach Die nächste Maschine anschließen Das Ja ich weiß es ist noch nicht unbedingt schön Ne Aber Kommt noch Hä Oh Gott ich hab grad gedacht Das ist ein Wolf Aber es ist nur ein Schwein mit Gravel Okay Ähm So Und hier drin können wir jetzt Die nächsten Sachen machen Und zwar einmal können wir hier drin Diamonds crushen Wir können Obsidian crushen Glaube ich Also brauchen wir definitiv Und äh Was wir noch machen können Ist Osmium crushen Und das ist eigentlich auch ziemlich cool Denn Wenn wir Osmium Hab ich ja nicht noch Ne das ist alles was wir haben Crazy Ähm Wenn wir Osmium crushen Dann kriegen wir nämlich auch Mit dazu ein bisschen Zeug Guck mal wir können auch hier wieder Zack Badebang Achte Bam Alter 19 Stück Halleluja Ist das viel Ey Also das ist wirklich ziemlich viel Tatsächlich Ähm Genau Dann haben wir die Sachen Der arbeitet gerade Nicht mehr Okay Der hat gerade aufgehört Sehr gut Aber mit den Osmiumlingern Können wir uns Ähm Theoretisch Speed Upgrades machen Wenn wir das haben wollen Äh Gehen wir hier hin Klicken das hier an Hier oben haben wir Glas drin Dann verbinden wir das mit dem Und dann haben wir hier Nummer 1 Und Nummer 2 Geilo Geil go fast Sogar ein Upgrade bekommen Also ein Äh Upgrades hier oben rein Eine Quest bekommen So das wollte ich sagen Okay Und damit können wir jetzt weitermachen Mit dem Disassembler Also Beziehungsweise nicht mit dem Disassembler Sondern Mit dem anderen Ding Das wir haben wollten Und zwar Diamond Boah pass mal auf Wir können jetzt mal gucken Wie viele Diamonds wir bauen können Wo sind sie Äh Hier 27 Ja Das ist okay Das ist okay Können wir lassen glaube ich Ist es nicht überragend Aber es ist auch nicht unbedingt wenig Genau Und damit können wir uns ja wie gesagt Den Osmium Compressor Das ist die nächste Maschine Die wir haben wollen Dieses wunderbare Ding hier Dafür brauchen wir jetzt noch Advanced Control Circuits Und dafür brauchen wir einmal das hier Und das hinweg dazu Zack There we go Dann brauchen wir noch ein Steel Casing In der Mitte Das sollten wir auch alles vorbereitet Jawollo Hallo Kuh Bitte auf die Seite gehen Ich möchte craften Danke sehr Dann haben wir das hier Und jetzt haben wir unseren Osmium Compressor Hallo Ja Hallöchen Ähm Ja und auch das Ding schließen wir einfach wieder dran So There we go Und jetzt sind wir glaube ich bereit Uns den Atomic Disassembler zu machen Atomic Disassembler Bam 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 Ähm Okay wir bauen definitiv ein bisschen Zeug Wir bauen wieder normales Alloy Und wir bauen jetzt eben Einmal Reinforced Obsidian Dust Und das kriegen wir Indem wir Diamond Dust Mit Obsidian Dust machen Und Obsidian Kriegen wir Wie wir es da vorher schon kennen Wenn nicht Das sogar noch passt Ne leider nicht Ähm Aber dann nehmen wir uns einfach ein Bucket Und Dann machen wir ganz kurz Hier drin einmal Lava Dann machen wir Ups Unnötliche Wasserquelle So hatten wir beibehalten Zack Da haben wir Obsidian Das werfen wir in unseren Crusher Äh Crusher Bitte Nein geht nicht Verdammt Okay Was so eine super krasse Maschine nicht kann Das machen wir halt einfach Indem wir mit unseren 500 Kilo hier oben Auf das Obsidian drauf springen Was denn auch sonst Ich meine Wie sollte man das sonst klein bekommen Wenn nicht So wie dann Hallo Ist jetzt kaputt Da ist es Guck mal an Ja So bekommt man Pulverized Obsidian Wieso auch nicht Er ist ja nicht super kompliziert Genau Und dann brauchen wir nur noch ein paar Andere Sachen Ich weiß aber nicht genau wie viele Von was Gucken wir alles mal Und wir machen Oh guck mal Jetzt ist ja schon sehr sehr viel schneller Very nice Ähm Atomic Da waren wir stehen geblieben Und dafür brauchen wir jetzt noch einmal Genau wir brauchen noch einen Pulverized Diamond Das dürfen wir nicht vergessen Den habe ich aber leider nicht mehr dabei Der ist noch hier drin Und was wir uns auch bald machen können Oder was wir uns eigentlich gleich sogar machen können Wäre eine Fernbedienung für Simple Storage Network Damit wir immer darauf zugreifen können Dieses Ding hier Oh das ist sogar relativ easy ne Hm Ja Oh das wäre ganz gut glaube ich Simple Storage Storage Remote Oder Simple Storage Remote Was ist der Unterschied Ah Network without Without Crafting from Unlimited Without Crafting from Unlimited Distance Aber was will ich denn davon Ich weiß es überhaupt nicht Müssen wir mal gucken Ähm Atomic Dafür brauchen wir jetzt noch Genau wir bauen eh nochmal Refined Obsidian Dust Das heißt wir brauchen noch ein zweites Crushed Obsidian Ai 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 Also müssen wir nochmal ganz kurz hier hin Bauen wir uns hier Wasser Machen das hier Zack Dann gehen wir da hin Holen uns einen Hebel Aua Hallo Oh nein Das ist nicht so gut Verdammt Ähm Oh warte kann ich das umsetzen Mit Shift Ne leider nicht Dann setze ich einfach dich um Auch egal Äh wo ist mein Hebel 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 Wäre wahrscheinlich schneller Wenn man suchen könnte Warum hat man auch ein Netzwerk Wenn man suchen kann Aber nicht sucht Weil man auch nicht Oder bauen wir zwei Ich weiß nicht Ich glaube wir bauen zwei Dann brauchen wir sogar noch ein Diamond Verdammt Äh Okay holen wir uns aber Wenn ich mich nicht täusche Bauen wir wie gesagt wirklich noch ein Diamond Weil wir eben auch noch eins mit dazu brauchen Ja aber wir haben es ja ne Zum Glück haben wir ein paar Diamanten Das ist super So Refined Obsidian Das ist grandios Und das können wir jetzt schon mal Hier reinwerfen Mit einem Osment Mingit dazu Dann können wir zusätzlich Ein English Alloy hier reinwerfen Das wird dann nämlich Zu einem besseren Alloy Und dann können wir zu guter Letzt Noch einmal Pull-Rise Obsidian reinwerfen Und das wird dann noch mal Zu coolem Zeug Und das können wir dann Mit dem Reden Frost Alloy machen Und dann sind wir fertig Klingt gut Ich glaube schon oder Weil jetzt machen wir das hier raus Guck mal Machen wir das hier rein Der wird jetzt nämlich gleich Zu einem Atomic Alloy Magie Ich weiß Das ist insane Achtung Zack Atomic Alloy Hier haben wir unser Refined Obsidian Inget Halleluja Und jetzt können wir reingehen Atomic eingeben Stauung A, Stauung C drücken Shift-Rechst-Tick Und da ist er Geil Atomic Disassembler Hallöle Und das Teil können wir Jetzt theoretisch sogar Ganz kurz aufladen Warte wir nehmen uns mal Dich hier Schließen dich hier dran an Der kriegt jetzt ein bisschen Energie Natürlich leider nicht viel Weil wir halt Äpfel haben Naja Doof aber egal Und da können wir jetzt praktisch Das ganze Ding hier reinlagen Reinlagen Zack Und jetzt lädt er das hier auf Relativ langsam Aber er lädt es auf jeden Fall auf Das Ding kann 40000F speichern Ich weiß nicht wie viel Der Cube speichern kann Bin ich mir nicht ganz sicher Zeigt er jetzt glaube ich an 3,2 Millionen Das ist okay Ja Und dann haben wir Atomic Disassembler Und den können wir jetzt praktisch Hier hinpacken Das coole ist Bei dem kann man den Modus wechseln Ich weiß allerdings Ah Shift-Rechst-Tick Guck mal Slow Fast Wine Miner Oder Off Oh geilo Und wenn wir auf Fast haben Dann machen wir halt einfach Braam Habt ihr verstanden? Also dann machen wir Frapp-Frapp Mit der Mit dem Atomic Disassembler In Sky Und ja Auf Wine Miner Können wir Wine Minen Ich weiß nicht ob das hier geht Aber theoretisch Okay geht hier nicht Aber ich glaube mit Erzen Und sowas geht das normalerweise Also mit Ein paar speziellen Blöcken Ich weiß nicht ob es da auch Eine Blacklist oder so viel gibt Aber Wenn wir Erze finden In irgendeiner anderen Welt Wie dem Twilight Force Oder so Dann können wir das damit abbauen Aber ich glaube Jetzt lassen wir das einfach mal Auf normal Sodass wir die Sachen Ganz nochmal abbauen können Und das ist halt super chillig jetzt Oder? Ich meine wir können die jetzt hier aufladen Zack Dann haben wir Energie Energie Schmie Sag ich da immer Und dann Äh Geht's ab Also das ist wirklich Ein sehr sehr geiles Werkzeug Ich hoffe das bekomme ich In 3D nachmoduliert Das wäre super Dann seht ihr das auf dem Thumbnail Da freue ich mich schon drauf Mann das ist wohl cool Oh und jetzt können wir das hier abbauen Pass auf Weil das Ding hat nämlich Ein Harvest Level von 10.000 oder so Oh Und theoretisch könnte mir jetzt auch Kobalt und Ardath holen gehen Mit dem Teil Alter Brrr Insane Travel to the nether And mine Kobalt or Or use the industrial fog In laser direction required Guck mal wir könnten nicht Kobalt und Ardath holen Kobalt 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 Aber bringt uns noch nicht so viel Glaube ich Weil wir halt Alter ist das ja schwer zu craften Halleluja Ähm Ja okay das geht sogar Ähm Bringt uns halt noch nicht so viel Weil wir keine normale Schmiede haben Ne Aber mal gucken Okay Ich würde sagen Das war's heute von der heutigen Folge Sky Factory 4 Wenn das das richtige Modpack war Ich hoffe euch hat's gefallen Und wenn ja Dann lasst einen Daumen noch oben da Wir sehen uns beim nächsten Mal Mit der Asodran Hat und noch einen schönen Tag Und bis dann Tschüss Kuss auf die Nuss Kuss auf die Nuss